Wir wissen alle, wie gut Cemal ist und wie wichtig er ist für Bayern München. Für uns ist es eine totale Priorität, glaube ich, dass er erst mal fit ist und fit bleibt. Und was ich auch dazu sagen muss, er hat das hervorragend gemacht, muss ich sagen. Er hat ganz offen mit uns kommuniziert. Aber letztendlich, glaube ich, ist die Entscheidung richtig, jetzt zu sagen, okay, erst mal Pause machen und dann kannst du hundertprozentig fit werden. Denn Ulle ist im Umgehen mit seinen Mitspielern bei uns im Kader so wichtig. Wenn so jemand mal einen Fehler macht, dann, glaube ich, hat Max und der Verein auch die richtige Entscheidung getroffen, dass wir ihn unterstützen. Immer so Commerzbank Arena, ein besonderes Spiel, glaube ich. Und es ist eine Mannschaft, die sehr stark ist im Counter. Eine Mannschaft, die auch mit vielen jungen Spielern viel Talent hat. Eine Mannschaft, die auch mit vielen jungen Spielern, die auch mit vielen jungen Spielern zu machen.